hallo willkommen zurück bei unserem basement place mit sven und markus und hier wird jetzt zunächst was entstehen unser erstes kleineres haus ja 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 da unten was du hast du ein pfeil in deinem hinterkopf weil ich ja mein babo helme das ist das hier das brauchen wir alles mal nicht indianer pfeilkopf vom stamm nimmt ja wir hätten ding mitnehmen sollen oder man neun stück diamanten das war da wo die aufnahme abgekackt genau das war jetzt meine crafting box oder habt ihr schon eine crafting table nein haben wir noch nicht okay dann mache ich es mal hier noch mal ein und dann würde ich sagen mal ein bisschen brauche auf meinen spitzhacke schaufel und schwer ich habe nämlich gar nichts mehr alles kann ich kümmere mich um nahrung und ihr frank mal terraformen an wo ist die sonne das ist keine sonne mehr pastics gemacht was braucht ihr alles schaufel jetzt wird es aber wirklich nacht oder ja da hinten geht gerade die sonne unter das ist jetzt mal drei spitzhacken fäden drei schaufeln da haben wir noch einigst ungebranntes hühnchen ja jetzt wird es nachts jetzt können wir uns dann mal zwei eingraben da schlafen das ist noch nicht nacht genug jeder verschwendung ja verschwenden scheiße stimmt das bruch hier hast du nicht auf das vernieu ich habe mir schaut es hat jeder alles wie nachts laufen ja so ich habe noch den diamant block markus schlafen ja du musst irgendwie dich merken genug an die betten ran stellen damit klappt so jetzt geht es gleich los ich kümmere mich um nahrung wir brauchen wir es wenn du nicht erst mal ab diese marvel und dann wollen wir uns aus oder sagen ich würde sagen wir machen ja ich mache blatt du baust mache okay dann habe ich mache erst mal stick ist gut und nimmt aufwert ausrede er darf spannende sachen machen ja ich baue jetzt toll wie kraftig wie kraft wird man zeugen das sind blättern mit sticks stick ja wie muss drei drei also sechs und du hast doch auch dass du many items to many items und so hoch für futur schnauze erst mal paar zeugen waren aber wir haben immer noch keine karotten für die schweine wenn wir eine kuhfarm machen na jetzt haben wir schweine hier die kühle von der trinkammer rüberholen das sind jetzt 50 blöcke vielleicht ja jetzt machen wir erst mal ein paar schwein wollen wir bei kühnen dann leder ja das kommt noch jetzt lassen wir erst mal eine farm bauen und jeder brauchen viel zu viel wenn wir die mods machen wollen auf die ich bock habe was du bock hast ja hast du ich bock habe so jetzt aber natürlich gehen unsere ersten projekte vor wo alle zuschauer so gespannt sind eben wo sie noch gar nicht wissen was das für projekte sind meine erste schaufel schon kaputt beispielsweise auch bald ich habe nicht mal holz ich muss nicht mal entmüllen hier kiste ist alles voll mit holz irgendjemand muss da mal sortieren ich würde sagen so sachen wie sortieren oder so die machen einfach mal auf die man die macht man auch wenn man nicht aufnimmt aber am besten nichts schwebt man einfach dann gut sein ferries für ist eine turtle bau mal eine turtle ja hier brauchen wir erst einmal strom und natürlich braucht keinen strom eine turtle verläuft aber nein doch ein lieber für kohle holz oder irgendwas brennbaum nicht lava lava glauben wir laufen die leute auch mit lava ja die läuft mit lava aber sehr gut sogar mit lava was natürlich weil da waren sehr hohen brennwert hat eben aber dass die internet funktionieren muss sich nicht muss mit einmal rein machen ein schwein haben wir schon mal haben wir schwein gehabt ja die ganze zeit spinnen heute noch mal vier schaufeln gemacht ich vielleicht die fläche hier auf platte ein schwein ja rein ach du scheiß schwein schweine kriegt man nur mit karotten ja dreck schwein obwohl ich schweine eigentlich alles töten oder eine ding finden village ja nein doch das ist kein schwein da ist ein schwein jahoo wir haben zwei schweine ja die bringen uns aber auch nichts die sind im käfel ich habe eine form gebaut eine kleine ja aber du kannst ja nichts richten ohne karotten das ist jetzt egal markus ich baue dich mal ein was machst du denn era forming ach so dass ich das markus jetzt hat einen der im hülle drin ist die ich jetzt zu bau blöd gelaufen blöd gelaufen ich könnte vielleicht noch das ist aber weil es so viel marvel ist alter ich weiß aber es ist auch so viel dirt man der und ich nicht mal die hälfte hey ich jetzt so viel kiste muss was sein dies kommt immer nur ein riesigen adern st das ist sie vor die lüge haben wir eigentlich ein eimer wir haben welche ja zwei steck oder drei glaube ich habe ich mitgebracht bei der bau den mining turtle dann können wir mal aber holen ja das natürlich er dann baut du eine du nimmst auf ich weiß nicht wie das geht ja es tut mir ein reitungs so dass das programm ja das heißt die mord ja lasst mich kurz noch die form fertig bauen dann mache ich das ob ich auch noch fertig um wie sieht es aus mit ziehen das haben wir bestimmt nicht mitgenommen er hat nur einen zieht den haben wir da gelassen naja wird er habe ich mitgenommen er hat genommen den einzig das ist echt mitgenommen ich habe die kisten da weißt du hast du gerne suchfunktion um sachen in den kisten leichter zu finden mit doppelklick auf die suchleiste kannst du sachen auskauen lassen da oben habe ich habe wald gefunden das ist auch schon mal gut und jede menge schweine also ist er ist jetzt unser namens ja ich sehe auch deinen aber nicht mehr langweil weil ich sie eine schicht drüber also fleisch haben wir genug schweiz den gestorben also das sind spinne noch viel genau über mir ja leute ist zwar jetzt gerade nicht so spannend was ich hier treibe aber ja sein bauhalten in meinen kürtel den leuten mal was dieses coole matt weg kann ja das kommt ja alles noch bis hier ist bei folge um 8 von der neuen glaube ich 9 9 9 9 9 9 wo also was ihr schwein ist und ich habe keine waffen oder wegen für sie wo flex ich habe baum wurde ja warum wolle es nicht so den habe ich glaube ich sogar dort gelassen ja ich habe jetzt ich brauche doch sieht natürlich halt die schweine mit meiner bloß habe ich den kompletten dort den ich bisher abgebaut habe schon mal auf den berg gesetzt und bauen wir weiter ab ich brauche eine waffe das taugt nix haben wir brauchen jetpacks da brauchen wir wieder strom ne elektrisch ja strom bin ich heute weg schon scheiß flag jetzt ist was früher hast du immer einen haufen sieht bekommen und jetzt bekommst du nur fleck flachs ohne spiel ohne flachs sei ja überhaupt noch da ja aber dein flachs interessiert kein was der schweine sind das haben wir sie ein ich habe keine waffe mehr ja gut das reicht so meine sicherheitsmaßnahmen gemacht ja mir sollte man das gebiet ein bisschen ausleuchten wie wir das ein das sieht nämlich dämlich aus wir machen irgendwann straßennetz mit laternen ja ja machen wir das wie sitzen eigentlich mir mit eisen und ich habe drei eisen gerade gefarmt drei eisen soviel ja haben wir noch dass ich mir ich habe drei körper ich bin genauso cool ich habe jetzt noch mal eine spitzhacke gemacht eigene hacke ich brauche noch es langt mir nicht haben wir schon alle kisten aufgestellt ich brauche noch ein schwert wieder eine schaufel zerstört ich wollte auch gerade sagen es hört sich nach einer schaufel also ich glaube wir haben hier echt ein schönes plätzchen raus jetzt habe ich noch einmal vergessen ja ich habe wir haben uns hier eine schöne stelle rausgesucht zum kampieren ich habe eine schöne stelle herausgesucht und jetzt steht er bestimmt in der höhle und meint der farmt und hier macht nichts ja ich sehe hier bei der bonn und war nichts ich habe schon gewundert warum ist das so dampft das ist eine kleine lücke schließt sie auffällt ich habe so ein sicherheitssystem weißt du wenn jemand kommt dann baue ich dann weiß ich das merkst du hast du hast es ein gefühl dann und dann 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 mache ich dann arbeite ich habe nur dann geht und ich schaut dann brauche ich arbeiten ich habe auch flachs gefunden ist ja einen grasblock abgebaut mit gras drauf also wirklich krass und dann habe ich gleich kannst du mal was gehen für seine kong gekommen ist die folge ist wiederum ja also dann vorab stehen wir uns auch mal wieder für diese folge beim schweine farm und das mit seiner bonn mal kurz mit seiner bonn die wird irgendwann seine stimme zerstören also dann will bis zum nächsten mal tschüss tschüss